Das ist deine 3. Du willst nicht, dass ich auf 4 gehe. Wenn ich auf 4 gehe, scheißt du dich ein, das willst du nicht. Ich will das nicht. Sie wollen das nicht. Du mischst dich gerne in andere Leute Kram ein. Ich bemühe mich, es nicht zu tun, aber du machst es mir sehr schwer. Halt dich aus Angelegenheiten raus, die dich nichts angehen. Könnte Böse für dich ausgehen. Gott weiß, dass ich allergisch bin auf das Böse. Weißt du, Ich glaube, dass sich alles im Leben ums Timing dreht und unerfreulicherweise für dich ist deines sehr schlecht. Vor 3 Wochen hätten wir dieses Gespräch noch nicht geführt, aber jetzt bin ich hier. Und ich fange an, diesen Ort wirklich zu mögen. Und die Menschen. Ich fange an zu glauben, aus tiefstem Herzen, dass ich da bin, wo ich hingehöre. Also, was auch immer es ist, was du und deine Freunde machen, bitte, mach das woanders. Okay. Du warnst mich? Ich bereite dich vor. Hai capito, was er hat gesagt? Er ist bereit, er ist simpatico. Ist das eine Trimax? Nein. Das ist ein... Hinsetzen. Hinsetzen. Was ist das? Was ist das? Das ist ein... Das ist der Mietjahn-Nerv. ...den ich komprimiere. Auf einer Skala von 1 bis 10. Ist das eine 2? Das ist eine 3. Du willst nicht, dass ich auf 4 gehe. Wenn ich auf 4 gehe, scheißt du dich ein. Das willst du nicht. Ich will das nicht. Sie wollen das nicht. Sagt deinem Kumpel, sie können gehen. Wie soll einer bauen? Baneja! 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 Das nennt man Schmerzgriff. Dein Gehirn sagt dir, was du tun sollst. Bei deinem Körper sagt dir was anderes. Jetzt hör mir gut zu. Zieh deine Pistole raus. Leg sie auf den Tisch. Piano. Piano. ... Bedan exclusively. Ferdinand, Ich habe die Furcht, um zuvor zu sprechen. Die Tocke ist amerikanisch. Die Tocke ist nicht so gut. Ich habe die Sikrette nicht. Was soll ich machen, Marco? Ich will diese Scheiße machen. Vincent. Das ist ein Scheiße, Vincent. Der Mann muss mir sagen, was muss ich machen. Andiamo. Damme la pistola. Oh! Damme la pistola. Ghe parlo? Ghe parlo. Alla prossima. Untertitelung des ZDF, 2020